Am Sonntag um 22.30 Uhr sehen Sie eine neue Folge der Deutschen Minuten auf rtv2. Im Angebot haben wir folgende Themen. Für Stabilität und Frieden. Ein Interview mit der neuen deutschen Botschafterin in Belgrad. Immerwährende Neutralität. Die österreichische Botschaft feiert den österreichischen Nationalfeiertag. Dortmundplatz in Novisat. Platz von Novisat in Dortmund. Symbole einer Städtepartnerschaft. Ein neuer deutscher Verein erblickt das Tageslicht. Der deutsche humanitäre Verein Hennemann. Das und noch mehr sehen Sie am Sonntag um 22.30 Uhr auf rtv2.